So, da sind wir wieder bei Batman Arkham Asylum. Herzlich Willkommen zurück und weiter geht's. Ja, wir machen als erstes mal hier schnell ein kleines Upgrade und zwar hauen wir uns das hier mal rein in den Zwillingsbatterang. Und ja, Joker veranstaltet eine Party, Leute, und Batman ist eingeladen. Und wir wissen doch, wenn Joker eine Party macht, dann geht's richtig ab. Ja, das ist nicht so eine Party, wie wir 0815-Sterbliche das kennen, sondern das ist dann eine wirklich fette Party. Und ja, mal schauen, was Batman hier dann erwartet bei dieser Party. Ich habe jetzt oft Party gesagt, aber ich stehe auf Partys. So, wo müssen wir denn da hin? Da müssen wir hinein. Also, ja, sind wir auch gleich da. Alles klar. So, Leute, sind das die Türsteher? Darf ich rein? Ich verhaue euch einfach. So. Ich habe leider irgendwie ein kleines Problem mit dem Ausschalten, wie ihr seht. Ich drücke zwar richtig, aber es geht irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum, aber ich schaffe das Ausschalten nicht. Er hat sogar einen schönen Hut. So, komm her. Kommt her, ihr Wichser. Ich habe keine Nerven für euch. So. Oh, Babs. Was wird denn? Meine Einzelteile will er mich zerlegen? Ja, das schafft er sicher nicht. So, dann haben wir nur noch einen, der in die Fresse bekommt. Ja, das war's dann. Okay. Dann gehen wir doch mal hinein. Mal gucken, was das für eine Party ist. Ja, ja, los. Okay. Die verhaugen mich gar nicht, sondern die feuern mich an. Okay, das ist was ganz Neues. Besucherraum. Okay. 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 Oh, shit. Alles klar, dann würde ich mal sagen, wir müssen ihn verfolgen, oder? Ich schicke dich zurück zu dem Bauchebner, wo du hingehörst. Du musstest alles kaputt machen, oder? Bane zusammenschlagen, Scarecrow an Krog verfüttern, Harley fertig machen, was übrigens mein Hobby ist, und alle meine schönen Venom-Pflanzen ruinieren. Es ist vorbei, Joker. Vorbei? Wieso mein Lieber vom wahnbesessener dunkler Ritter? Es hat noch nicht mal... Alles klar, also bekomme ich es hier gleich mit zwei Fetten zu tun und mit ein paar kleinen. Alles klar, okay, das machen wir schon, das machen wir schon. Alles kein Problem. Alles klein Problem. So, ne, ah, ne, ich sollte natürlich nicht genau da hineinspringen, wenn er gegen die Wand rennt. So, ne, warum wir denn gleich ein bisschen... Oh, da kommt schon der Nächste. Okay, alles klar, dieser Kampf wird ein bisschen härter, Leute. Ich muss ein bisschen nur aufpassen auf mich. So, oh, shit. Gut, schön ausgewichen. Es wäre halt ein Riesenvorteil, wenn ich wüsste, wie man die K.O. macht, aber... Naja, man kann nicht alles haben. Ich wusste es ja, aber ich habe dann wirklich eine sehr lange Pause gemacht. Davon habt ihr natürlich nichts mitbekommen, weil ich dieses Projekt erst hochladen werde, wenn ich es komplett durchgespielt habe. Und ich hatte da halt eben doch eine etwas längere Pause und dadurch sind mir jetzt die Steuerungen ein bisschen entfallen. Ah, der Hau mir in die Fresse, du Arschloch. Okay, so. So, ich muss erst einmal die Kleinen verhauen hier. Scheiße. Wenn ich so weitermache, dann wird es nichts. So. Komm schon, die Großen sind dann eigentlich keine große Probleme, wenn die Kleinen weg sind. Ah. Okay, den kann ich jetzt ein bisschen verhauen. Jawohl, ich kann ihn sogar besteigen. Yes. So, damit gehe ich dann auf den anderen Großen drauf. Okay, schon vorbei. Alles klar. So, komm her. Ah, aufpassen, Mann. Und der nächste auch gleich. Yes. In your fucking face. So, dann kann ich ihn gleich ein bisschen verhauen. Und weg. Und weg. Sehr schön. Gut, dann bleiben nur noch diese zwei, außer der eine Kleine da. Ich glaube, der wird gleich wieder aufstehen. So. Und in your face. Aufpassen. So, ich kann ihn jetzt wieder besteigen hier. Komm her. Und dann hauen wir ein bisschen auf den einen da. Oder lieber auf die Kleinen ein bisschen einhauen. Das macht mehr Sinn. So. Ich muss nämlich extremst aufpassen jetzt. Dass ich es nicht versaufe. So, wunderbar. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Weg von den Großen. Weg von den Großen. Ja, ihr solltet auch weg von den Großen, ihr kleinen Arschlich. Ah, Mann. Jetzt hat er mich voll erwischt mit dem. Okay, Leute. Das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts, wie es aussieht. Obwohl, wenn ich mich noch sehr konzentriere, dann kann es noch hinhauen. Ja, und da bekomme ich einmal in die Fresse von dem Typen, weil ich mich ja so konzentriert habe. Als Mauljoker. So, überspringen wir das auch hier. Das wissen wir nämlich schon. Okay, es ist nicht easy, dieser Fight. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man diese Arschlöche ausschaltet. Oder beziehungsweise, weil es nicht funktioniert. Oh, Mann. Sehr schön. Ich drücke ja richtig, aber es passiert nichts. Guck, jetzt ist da gestanden, Y und B zum Ausschalten. Habe ich gedrückt. Passiert aber nichts. Oh, Mann. Ich bin schlecht. Ich bin wirklich schlecht. Oh. So. Yes. Der hat er voll mitgenommen. Jetzt reinhauen da. Wow. Shit. Okay. Wunderbar. Vielleicht wird es ja diesmal was, wenn ich aufpasse. Yes. Sehr schön. So, den weitervermöbeln hier. Jawohl. Nice. Das wollte ich gar nicht. Aber das hat cool ausgesehen jetzt gerade. So, fahren wir den mal ein bisschen hier. Die Kleinen mit dem Großen hier. Come here. Dann gehen wir noch ein bisschen auf den hier. Yes. Baut euch nur gegenseitig. Das passt schon. Das ist gut so. Wow. Das war knapp. Das war echt knapp. Das macht Spaß hier. Okay. Und ausweichen. Oh, Mann. Ich hätte noch ein Wettering auf die Fresse hauen sollen. Aber lieber kein Risiko eingehen. Ich muss da ein bisschen weiter weg von denen. So, jetzt aber. Okay. Und weg. Und wieder lande. Wow. Das war verdammt knapp. Aber es haut hin. Es haut hin. So, dann kann ich jetzt den hier noch ganz schnell besteigen. Jawohl. Ah, den ja weiß. Und dann kann ich wieder auf den hier drauf. Ha, ha. So. Oh, ne, 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 ne. Aufpassen. Die Kleinen dürfen mir nichts tun. Oh, wieder gescheitert, Leute. Scheiße, Mann, ey. Halt doch die Fresse, du Arschloch. Oh, Mann, Leute. Ich bin so schlecht gerade. Ich bin wirklich schlecht gerade. Tut mir leid. Ich bin gerade wirklich scheiße. Und dann mal gleich auf ihn lande. Okay, okay. Das wird schon, das wird schon. Ich muss nur aufpassen. Jawohl. So, der lädt jetzt schon gegen die Wand. Und dann gibt ihn in your face. So, lauf da. Okay, jetzt habe ich schon mal ein bisschen besser begonnen als davor, Leute. So. Ah, fuck. Yes. Wow. Okay, kommt her, ihr Großen. Sehr schön. Jetzt könnte es was werden. So, komm. Wollen wir dann gleich den Großen hier. Yes. Und dann gleich auf den Großen wieder drauf. Haha. So, das geht doch wunderbar hier. Auf alle Fälle besser als davor. So, raus. Ah, fuck. Hat mich noch erwischt. Wollte noch ausweichen hier. Nichts, ich bin tot. Das hätten die ja gern. So, sehr schön. Und gleich ran da. Gleich ran da. Go, 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 go. Okay, einer ist gleich, einer ist schon weg. Yes. Ein Großer ist schon weg. Sehr schön. Jetzt schaffen wir es. So, dann fahren wir noch ein bisschen den Kleinen hier mit dem Großen. Du kriegst auch noch in die Fress. Den kriegst auch noch in die Gosch. Okay, jetzt ist es vorbei. Yes. Komm, ich bin schon großer. Okay, wenn der jetzt mich wieder anrennt. Ja, der rennt mich wieder an. So, und. Jawohl. Dann muss ich ihn nur noch jetzt in die Fresse hauen. Oh, shit. Okay, no need to geteig werden. No need to geteig werden. So, wunderbar. Ich will den jetzt ausschalten hier. Okay. Oh, die stören mich alle. Shit. So, jetzt ist er da an. Oh man, was für ein fatter Fight. Ne, der steht schon wieder auf. Oh ne, was mache ich denn falsch? Ich dachte, der ist schon weg. So. Jetzt aber. Jawohl. Huh. Gut gemacht, Batman. Du verdienst einen Preis. Dein alter Freund, der Kommission, oh Gott. Also, er sieht ganz schön runtergekommen aus. Den sollten wir auch petten. Nein. Batman. Raus damit. Oh, jetzt geht's los. Jetzt haben wir gleich viel Spaß, Kinder. Du widersetzt dich der Veränderung. Das ist nicht ernst. Komm schon. Gib auf. Willst du mit harten Bandagen kämpfen, Batman? Ja, deine Sache. Kitzel, kitzel. Du ruinierst mir meinen großen Abend. Du hast Monate der Planung zunichte gemacht. Ich wollte doch nur deine grimmige Maske runterreißen. Und dich noch einmal die Welt sehen lassen, wie sie ist. Während du blutend in einer Ecke vor dich hinkickerst. Aber sogar das hast du mir verwehrt. Ich habe nichts, wofür ich lebe. Die Anstalt von Arkham bleibt verriegelt. Ihr Personal unterliegt der Gewalt der randalierenden Insassen. Vor zehn Minuten haben wir diese aufgezeichnete Nachricht erhalten. Schöne Grüße, Gorfels. Hier ist Joker. Arkham gehört mir. Bald schon werde ich dem unsagbaren Parazin auf den Straßen, Gorfels. Freilauf lassen. Aber richtet eure Augen zuerst auf die Hauptsicher. Und werdet Zeuge der endgültigen Zerstörung eures geliebten Dunkeln Alters. Wir haben den Turm und Kreiszeiten. Wann sieht das Joker für seine Aktion durch? Untertitelung des Zerstörers. Ich bin nur noch eine einzige Nacht. Heißen Sie bitte unsere Hand an den üblichen Gastschutznummern. Wir sind alle. Los, komm schon. Verändere dich. Durch. Das ist der einzige Weg, mich zu schlagen. Du weißt, du willst es. Niemals. Du hast das Ego-Wickel an dich selbstverständlich. Na, das ist doch mal witzig. Sehr witzig. Aber du hast mir trotzdem den Spaß verdrungen. Dafür werde ich Arke mit deinem Blut bemalen. Let's get ready... To Tango. Okay, Leute, das ist, als ob es aussieht, der Endbite. Oh, shit. Okay, ich muss erstmal rausfinden, wie das überhaupt geht. Oh, Mann, jetzt kommen hier irgendwelche Arschlöcher noch dazu. Oh, Mann, okay. Dann muss das halt wohl sein. Okay, Leute, das wird ein längerer Part. Oder eventuell cutte ich das. Mal schauen. Geil, die Explosion war jetzt nice. Und Bäm. So, alle schön in die Fresse hauen hier. Wunderbar. So, den haben wir auch erledigt hier. So, komm, Joker. Komm schon, Joker. Oh, jetzt kommt noch eine Welle. Oh, okay. Wie er da hinten rumstulziert. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich weiß nicht mehr, wie man die am Boden da ausschaltet, Leute. So, ich verliere leider ein bisschen viel Leben. Ich hoffe, es gibt einen guten Checkpoint oder so. Falls ich drauf gehen sollte. Was, Bad Claw? Wow. Komm her, Joker. Komm schon. Aber warte mal, jetzt kann ich mir schon ein bisschen hauen. Ja. Oh, ja, das hat gesessen. Das hat gesessen, mein Freund. Ja, ja, ja. Komm schon. Kommt, Jungs. Haut ihm ein paar rein. Ich muss mich an die Stadt wenden. Ich muss mich gerade so konzentrieren, Leute, dass ich hier keine Scheiße baue. Also wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen weniger kommentiere. Weil das ist nicht so easy hier. Mann, ich habe doch auf Konter gedrückt. Ja. Ja. So, dann müssen wir hier ein bisschen betäuben. Jawohl. So, wunderbar. Oh Mann, jetzt kommen wieder welche. Wie viele Wellen kommen denn da noch, hey? Ja. Okay, komm hierher und dann explodiert. Ja, ja, ja. Komm runter, Joker. Ja, 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 ja. Okay, jetzt geht er wieder hinauf. Dann kommen wieder tausende von anderen Leuten. Ja, ja, ist ja normal. Sollte mittlerweile wissen, dass keiner mich von denen fertig machen kann. Yes. Oh, jetzt hat er sogar eine Waffe. Oh, du Arschloch. Schickt denn die sogar jemand mit einer Waffe rein? Mein Hallo. Hallo. Okay, das ist ein harter Fight, Leute. Das ist wirklich ein harter Fight. Jetzt hat er sich schon wieder eine Waffe geholt hier, der Arsch. So. Die im Hubschrauber. Haben Sie auf meiner Schokoladenseite? So. Besser mehr. Ich lieb. Das hätte dann auch... Komm her. Oh, nein. Komm her. Ich kann's vertragen. Ich kann alles einstecken, was du austeilst. Bats, du kannst mich nicht besiegen. Ich werde gewinnen. Bereit zur nächsten Runde? Immer. Was? Ich werde dich niemals gewinnen lassen. Niemals! Dad, Gott sei Dank, ich war so besorgt. Mir geht's gut, Barbara. Das GCPD kontrolliert endlich die Anstalt. Die Ärzte behandeln die Verletzte, aber so wie es aussieht, dauert das. Alle Superverbrecher sind wieder in Hand. Ach, da drin herrscht ein ganz schönes Chaos. Und die durch das Venom verändernden Hinsassen werden wieder normal. Obwohl für manche der Prozess schmerzhaft wird. Und Dad, wie geht's dir? Ich überlebe's. Wir sehen uns heute Nacht, Barbara. Blöde Sache, das mit deinem Auto. Kann ich dich mitnehmen? Danke, Jim. Ich komm alleine klar. Ruhe dich aus. Du verdienst es. Seid vorsichtig, Jim. Tja, Leute. Das war's mit Batman Arkham Asylum. Und als nächstes Projekt gibt's dann natürlich Batman Arkham City. Und haut rein, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Tschüss. Die Sprecher